Katzenberg installiert, wie bereits beim ersten Lockdown im Frühjahr, wieder den Hohl- und Bringdienst. Für Menschen ab 70 Jahren sowie besonders gefährdete Personen. Der Bringdienst war ja im Frühjahr schon ein sehr gefragter Dienst, weil viele Menschen sich doch nicht auf die Straße trauen oder zum Einkaufen trauen, auch nicht gehen sollten, wenn sie zur gefährdeten Gruppe gehören. Und daher haben wir gesagt, den Bringdienst richten wir gleich wieder ein. Er ist wieder erreichbar über die Stadtgemeinde Katzenberg, 22 501 1 1444. Das heißt, da kann man das Essen bestellen, da kann man Lebensmittel bestellen, Hygieneartikel, aber auch natürlich Apothekengeschichten. Unter der Nummer 038 62 22 501 1440 kann man sich also für den Bringdienst anmelden. Dieselbe Nummer gilt, wenn man sich als Freiwilliger dafür melden möchte. Außerdem hat die Stadtgemeinde eine Service-E-Mail-Adresse eingerichtet, für Fragen, die sich rund um die Corona-Maßnahmen drehen. Es ist immer wieder so, dass die Aussagen der Bundesregierung nicht so leicht umzulegen sind auf die Gemeinde. Das heißt, man weiß nicht genau, trifft es jetzt bei uns auch zu oder nicht. Und wenn es da Fragen gibt, wenn wir Fragen offen haben, dann kann man sich an eine E-Mail-Adresse wenden, nämlich unter corona.kapfenberg.gv.at. Wir werden diese Fragen beantworten, wenn es Fragen sind, die oft auftreten, dann werden wir sie über unser Update beantworten. Wenn es einzelne Fragen sind, die persönlich betreffen, dann werden wir sie schriftlich beantworten. Alle Kapfenbergerinnen und Kapfenberger werden in den nächsten Tagen ein Informationsblatt über sämtliche Dienste der Stadtgemeinde in ihrem Briefkasten finden.